jo leute was geht da willkommen zu meinem video in diesem video zeige ich euch wie könnt ihr ein thumbnail auf dem handy erstellen und im live stream einfügen das zeige ich euch in diesem video leute schritt eins ist ihr müsst pixart installieren und wenn ihr das installiert habt ihr geht da drauf und dann zeige ich euch erst mal wie man ein thumbnail erstellt und wenn wir das gemacht haben zeige ich euch wie man das dann einfügt und ja ihr drückt erst mal unten auf das plus drückt hier dann mache ich mal fortnight background nämlich irgendeins von der stadt mache ich hier auf unscharf dann sieht es ein bisschen besser aus ich mache jetzt einfach mein fortnetz haben dann schreibe ich jetzt zum beispiel drauf gen contest falsch geschrieben ja moin so das mache ich daran vielleicht machen wir es noch ein bisschen so sieht ein bisschen besser aus da noch mal so und vielleicht noch eine andere farbe blau naja nicht so machen wir mal grün okay dann nehmen wir hier noch was schreiben wir hier fort neid rein ja der sie ganz gut ist dann packen wir den hier auch noch und dann nehmen wir noch auch kommen wir nehmen wir das hier noch auf entspannt so bisschen einen rand machen wir vielleicht noch ach ja wartet leute ich hier noch mal ein bisschen werbung jetzt nehmen wir das hier noch schreiben wir da rein max kaske so machen wir das ist mal so ein bisschen kleiner und nehmen wir mal eine andere farbe nehmen wir diesmal einfach mal rot und so jetzt ist unser thumbnail schon fertig geht ihr hier drauf auf speichern speichern und jetzt seht ihr das wurde in der galerie gespeichert und jetzt zeige ich euch wie ihr das einfügen könnt im live stream so leute als erstes geht ihr auf chrome oder wie das heißt ich kann das nicht aussprechen keine ahnung dann geht ihr youtube.de oder youtube.com geht auch geht ihr auf die drei balken desktop website jetzt muss das bisschen laden dann geht ihr auf euren kanal steht dann da oben youtube studio jetzt muss das wieder bisschen laden geht ihr hier auf dieses video zeichern dann steht da live streams und jetzt kann man das in live streams einfügen nehmen wir einfach mal einen alten live stream geht ihr darauf auf den stift leute hier unten steht dann jetzt samt hochladen sucht ihr eins aus und jetzt nehmen wir das was wir gemacht haben und so leute jetzt könnt ihr sehen sammel wurde gespeichert jetzt müsst ihr halt auf speichern gehen und jetzt gehen wir zurück das war es jetzt eigentlich leute jetzt ist euer sammel im live stream drin und jetzt könnt ihr einfach direkt weiter live stream also viel spaß viel spaß leute ich kann kein deutsch ich hoffe es hat euch geholfen jetzt wisst ihr wie man das machen könnte äh ändere wurde gespeichert könnt ihr jetzt auch sehen da oben seht ihr jetzt skin contest da ist das thumbnail also ja leute lasst ein like da abonniert diesen kanal und haut rein leute bis zum nächsten mal und ciao